Hey Leute, was geht ab? Heute spiele ich The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe noch von früheren Zeiten kennst, äh weiß. Ich habe schon mal The Legend of Zelda Ocarina of Time gestreamt, noch gefeiert mit einem Freund. Aber ich habe den Speicherstand nicht mehr, weil ich neue PC habe. Also wollte ich nochmal anfangen, weil OOT ist auf ein Liebe. Und weil ich keine Lust habe zu streamen auf YouTube, habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach Parts zu machen. Ich weiß nicht, wie das ankommt. Ja, muss halt nicht gut ankommen. Aber, ne, ja. Ich will jetzt nicht alles kommentieren. Nein, ich bin für eine Situation. Danke, danke. Ich bin für eine Erfahrung. Das ist nicht los. Nein, nicht mehr. Kann dir das? Ich erkläre euch, ich könnte noch was, wenn wir in-game sind. Und falls ihr was lesen wollt, könnt ihr gerne das Video stoppen. Ich lese hier nichts vor, weil ich würde mich nur blamieren. Ich lese hier nichts vor. 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 Also Navi bängt uns. Okay Navi. Oh, ich darf dich. Und falls ihr vielleicht eine Verbesserung von Tipps habt, wie ich jetzt das Video verbessern soll, schreibt sie gerne in die Kommentare. Äh... Äh... Navi, ich hab keinen Bock auf dich, Digga. Du f***st so ab. Okay, warte. Ich bin gleich wieder da. Ich muss was enttäuschen. Okay, ähm... Ja, ich bin jetzt fertig. Die Analog Sticks vertauscht. Auf several Busses. Ich bin jetzt auf jeden Fall. 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 Okay, also... dieser Part wird jetzt wieder das Dorf sein. Der nächste Part, wenn er auf einen Part kommt, wird es... Der ist... Ja, schreck mal, dass er das erste Dungeon wird. Ja, der erste Dungeon. Das ist Sugarout. Der erste Dungeon. Äh... Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen wenig rede, aber... Pumgarts 141. Ich möchte ihn einfach nicht wecken. Oh ja, okay. Ich muss mich wieder in das Spiel reinfinden. Ich hab schon... Es ist ja lange kein OOT mehr gespielt. Ja, sehr lange. Bestimmt ein... Ein, zwei Jahre. Safe. Und das heißt, erst mal... Wetterfarm. Das heißt, äh, Rubine. Ich glaube, 50 kommt hin. Warte. Gehen wir mal zum Händler. Oder zum... ...Berkäufer, besser gesagt. Na, Digga. Ach so, 40 mal, okay. Dieben habe ich ja schon. Nein, das ist krass, genau. Und viele Rubine. Riesens. Wir kämpfen. Oh Mann. Ich weiß, komm ich mal auf Kompini. Da, da. Oh nein. Ich habe hier. Ich habe hier auch auf Kompini, oder? Ja. Oh nein. Ich habe hier auch auf Kompini. Ich mach mal die Kamera noch mal, wie, äh, geht. Ich hab keine Bange. Er ist bei Orts 18, oh, Junge. Und hier noch welche sein? Hey. Da. Bei der Hälfte. Ja. Let's go. Okay. 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 Wie we promised. Ich glaub schon, oder? Ja. Okay, nice. Okay. 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 Und What? Megan. I will be right back in qui. Okay. Once again. Oh. 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 Ah. Püsste Schütz. Oh. 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 Ah se, ja so zni. Okay, okay. das, uh, k moisturne. Ja, hier sind ja viele Punxs, die haben gelangst, gelangst, gelangst. Das holt dann. Ach, drei Stück. Das war nicht. Oh, die Pfeilung. Oh, das kommt. Hm. Hm. Oh mein Gott, das ist nah. Wirklich so dumm, was? Oh mein Gott, das ist blöd. Hm. Sorry, falls ich jetzt ein bisschen gelangweilt klinge, aber ich bin wie gesagt müde. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Also nicht jetzt, nehme ich jetzt dieses Video. Ein erstes Video. Ein bisschen. Ja. 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 Deko-Stick geht mir. You got a Deko-Stick. Deko, ja. Und für das Feuer. Und jetzt sind wir beim Baum. Beim Deko-Baum. Happy Deko-Baum. ... Hey, also mehr wollte ich in diesem Podcast nicht machen. Das Video geht schon gleich 12 Minuten. Oh, Link, Digga. Bitte. Okay, danke. Ja, okay, dann halt nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und falls jetzt ein paar Luxemburger dabei sind, falls... ...weil ihr wollt, dass ich luxemburgische Videos mache. Also jetzt die nächsten Parts luxemburgisch werden. Dann schreibt es in die Kommentare. Und... ...und ja... ...schau, wie das Video ankommt. Dann... ...sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye. ... ... ... ... ... ... ...